hm, wo sind wir denn? Aho! Aha! Aha! Mhm! Lohnung wäre ein Fuß! Ne, ich glaub ich tausch mal ein... Oder einen anderen Helm! Ich hab die Kapuze genommen Ich glaub ich nehm auch die Kapuze, obwohl ich ähm Schlechter Schmuckstück hab, naja das geht aber Egal Kapuzki Boah, geil Was? Verfolg Jo, danke! Ja, Gezett! Äh, wo muss man jetzt hin? Warte ich auch eben, danke, ne? Ja, gerne, Gezett, joo! Mhm Äh, auch wir müssen da rüber jetzt, wir müssen erstmal die andere Flester geben jetzt, ne? Auf diesen Platz da, wie kommen wir denn da hin? Achso, wie der Wald des Dings, ne? Mhm Gibt's hier einen Flugpunkt? Ja, hier kommen wir irgendwo Ja, die Kapuze sieht auch nie so knallermüß aus, ihr chluss! obwohl sie geht so ich hab noch die Artefakt gemacht bekommen Zeig es mir Plus 100 Artefakt macht so ich habe 105 von 400 Scheiße das jetzt Scheiße wie mehr hat jemand geklaut Schweine ne Achso ich muss mal gucken wie das ist im Haupt auf der anderen Seite okay irgendwo ist hier eine Brücke was war das der Rabe kriegt euch missbilligend an äh was nett die Tiere hier auch bei Pappnase bis dann dumm fucker okay danke nimmt die Qualität von der Kax schönsten Waren genau unter die Lupe aus du brauchst ist auch Sprengstoff benutzen nehmt die Qualität soll ich das benutzen jetzt diese Lupe oder was ich wollte es benutzen aber ich weiß nicht wo ich auf was schönsten Waren weißt du der hat uns doch immer Sachen gegeben wo wir nicht wussten für was das ist wie zum Beispiel so ein Goldnugget ja jetzt habe ich die Lupe benutzt auf diesen Goldnugget da steht einfach nur jetzt Goldbemalter Stein so wie die Farbe glänzt glänze könnte man schon dass es sich um echtes Gold handelt verkauft weiß 15 Kupfer so da war ja noch eine rätselhafte Münze Lupe benutzen und auf die Münze eine alte Münze der Venture Company die sind heutzutage nichts mehr wert da war noch irgendwas Elixier der Endlosen Wunder kann man das da auch untersuchen Elixier der Endlosen Wunder Fiole mit fragwürdiger Flüssigkeit ihr seid ziemlich sicher dass es sich um Goblin Urin handelt was für eine Sau wenn er noch mehr solcher Sachen nähe ne was schön dass wir die Lupe haben äh du deinen Arsch dabei was für ein Lappen alter so ey ich glaube ich habe hier alles fertig ich habe hier aber Dämonenjäger Kampagne angezeigt was ist das denn Teufelsblut das Blut der Dämonen naja hast du das auch? ja ich habe das auch ich kann auch dahin fliegen ja ok wir können auch Lornas Wacht und dann irgendwie da rüber sollen wir weißt du? ja wo der nächste Flug kommt ach da kann man ja auch hinreiten eigentlich muss man irgendwie irgendwie über die Brücke oder? ja ne ne ja ne ne man kann auch hier auf den Weg und dann los ja 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 immer noch immer noch? ne ok wo war denn? das war der zusätzliche Kabel für die Kopfhörer weil ich ja keinen Ton habe wenn wir jetzt spielen dann wäre ich nur das im Chat auch und nicht im Spiel keinen Ton das egal brauche ich nicht ok du fährst runter? oh shit oh ich habe auf die Karte geguckt die ganze Zeit ich guck mal ob man da irgendwo rauch kann dann hat mich das auch abgelenkt jetzt mit dem dass ich mit dir geredet habe so ehrlich gesagt darüber ich habe so dann hingeguckt was ich mache mhm scheiße man hm was machst du jetzt? ja das war runter hier und du bist tot? ja oooh aber bin ich der einzige? liegt noch ein anderer Knochen auf? ja ich bin ja auch schon da gefallen da wenn du links guckst da ist äh so ein Weg gut bin ja gerade da so ein Weg scheiße hier waren wir schon mal das ist wo dieser Steinzahn ist der uns da mal umgeballert hat oder dich mehr oder weniger ach so ich werde angegriffen okay ach so dreckens ach so dreckens echt er kommt vor ne ja einfach wenn man fliegen könnte hier ne mhm so richtig nach oben und wo man hin will ne ja schlägt na dunkel ja na dunkel warte wo ist der Weg da? hm ach scheiße hier sind Wölfe ich hab so ne Art Weg gefunden das ist immer ziemlich umständlich ja voll über die Klippen das ist einfach das war schon da hier mhm mhm schick 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 Welche war das? Egal was Ich glaube die können wir nehmen ja Äh Wo ist das denn? Ist das hier mit den Hacken? Äh O, Hähem Äh 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 Irgendwie müssen wir hier durch. Kommt wahrscheinlich Hacken benutzen, ja. Ich will die ganze Zeit sagen, wer spielt denn hier noch? Das ist der Helfer, ne? Ja. So, gucken wir mal, ob da oben irgendwie hat man. Ich glaube wir müssen in einer Ebene höher hier. Scheiße. Alter, schieb dich doch mal, du Bastard. Hier hab ich ne Ahnung. So. Ja, unterbrochen. Toll. Ne. Dachte ich jetzt. Ich war schon richtig. Da oben nochmal Hacken. Das war hinten in einer Scheiße. Jetzt. Ich will jetzt mal Hacken, zwei Akten oder was kommt jetzt? Okay. Ich will jetzt mal Hacken, zwei Akten oder was kommt jetzt? Okay. Okay. Mal gucken. Jetzt müssen wir hoch irgendwie, ne? Ein Turm? Könnte sein. Ja. Kann sein, ja. Also wo nicht. Kann natürlich mal reingucken. Kann sein. Und. Jetzt müssen wir uns überlegen. Achnen. Das geht noch mal. Und dann können wir uns über... Oh. Wenn wir das hier haben, dann können wir uns überlegen. das war das wo du letzten abgeschmiert haben wir hier ist bei den normalen von modus bei den tomatos hier zum ratten ja wenn man schon so oft hier kann man eigentlich fast alles und ich habe sie das und warum wo das ist glaube ich wieder unten ja was ist jetzt wieder hier rüber oder was sieht so aus ich glaube ich war schon mal hier Klingenbüh! RAN! 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 Okay, cool! RAN! 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 So, die hab's n hier! NICHTS! Das ist doch wohl! Vielleicht haben wir den schon mal. Nee, ich glaub, dann ist das so wie in Drenner, dass die dann halt für uns nicht mehr Elite sind. Kann sein, dass wir noch höher müssen? Ja. Das kann sein. Okay. Nee, echt jetzt hier rüber? Das ist ein bisschen schmal, ey. Der bekommt schon den Nächsten. Eigentlich ist es beknackt, aber irgendwie ist es auch witzig, ich weiß auch nicht. Mhm. Links? Nee, nee, nee. Sieht genau aus. Hier hüpfen ja alle. Da oben ist der Ziegel nur. Auf der anderen Seite ist es. Weiß ich auch. Ich nehm die Brücke. Hi. Leichen, Leichen, Leichen. Noch ein Hacken? Ich glaub, wir sind ja, ich seh dahin schon... Etwas. Gleich hier oben. Huh. Mhm. Aber wir sind noch gar nicht im Gebiet hier. Hier ist das Gebiet da oben, vielleicht? Kann das sein? Ja, das kann sein. Ja, das ist schon eher am Rand hier. Wie kriegt man dieses Storyfestblut? Ich hab zwei. Ja, du musst irgendwas umhauen, was hier so sich in dem Bereich aufhält. Mhm. Ich weiß nicht, ob man die Eier öffnen kann, die man raubspringt oder so. Ne. Ah, jetzt hab ich das. Aber offensichtlich gibt's in der Höhle. Und da muss man auch rein. Ja, ja, hier bündelte ich einer mit uns. Das Ding hat gar kein Teufelsblut. Ich denke nicht, dass das sie sind, sondern nur diese kleinen, also dämonisch ist. Hm. Hier muss eine Höhle sein. Hier ist, glaub ich, eine. Doch, da ist auch ein Höhleneingang. Hm. Oh, da ist der Drachen, ne? Ansonsten laufs ja ewig hier, ey. Ja, aber hier wird das nicht mehr angezeigt, komischerweise, ne? Ja, ich glaub, wenn man reingeht... Dann? Ja, dann läuft man ja runter und so. Ah ja, stimmt, stimmt. Hier steht doch ein Langkringer, der diesen den ist. So, gut, aber drei Stück nur. Aber da unten scheint es ein bisschen mehr zu geben. Also größere. Mal gucken, was der jetzt bringt. Oh, nur eins. Alter, wie lange bist du denn da? Bist du ja ewig und zehn Jahre unterwegs. Hier kann man auch durch. Herz. Herz! Hey, jetzt hier ist ein Questmob. Du bist da. Cool. Die hat ja gar nichts gehabt. Alter. Ich glaub, ganz im Ernst... Ich glaub, das muss man nebenbei mal so machen, wenn man einfach zu viel Zeit da hat, weißt du? Okay. Weil wir kriegen ja, äh, pro Mob, äh, nur, nur einen Stein, wir haben gehört, da musst du echt hundert, oder, oder mehr, äh, Mops umballern hier. Ja, dann lass uns woanders gehen. Ich versuch mal, ein paar zu pullen hier. Mal gucken, wie viel dann insgesamt rauskommt. Das sind jetzt fünf oder so, ne? So, gucken wir mal. Fünf. Nur die Viecher. Bringt irgendwie... ...und die Endnage noch. Ja, 13 von 100. Aber ich glaub, das ist tatsächlich so, wie ich's grad gesagt werde. Na, dann wird das so sein. Na. Wenn wenigstens die Eier noch zu öffnen werden, dann da auch noch was rauskommt, ne? Hm. Ich glaub, hier irgendwo ist er jetzt. Wo ist denn der Gast? Wir laufen erstmal kurz weiter ab hier, ne? Da oben. Da oben ist es. Teufelsblut, hier ist ein Eimer. Einmal mit Teufelsblut. Verunschen, 10% erhöht. Aha. Braucht kein Fall. Seh ich da einmal. Da hab ich das schon genommen. Da ist dein Erz. Wie, haben wir das schon? Wieso wird das mir denn gezeugt? Weil du das nehmen könntest, wenn du... Das ist doch, glaub ich, hier so gemacht, dass... Äh... Wenn, wenn ich jetzt Erz nehme, dann sieht der Arno das noch an der Stelle, weil ich selber auch noch nehmen kann. Mhm. War das nicht irgendwie so? Ich glaub, ich glaub, das ist hier zu mir. Ich glaub, das ist hier zu mir. Die bringen mir ja nix hier, oder? Geist ein Drachen, den können wir uns sprechen, aber der macht nix. Und die Zwiebel. Da hab ich auch ein Teufelsblut. Ich glaub, irgendwo muss es doch mal mehr, äh, so ein größeres Vorkommen geben, oder was? Was ist meine? Mhm. Feinstein der Teufelsdingens. So, holen wir mal das Zeug weg hier. Die bringt zum Beispiel wieder nix. Mhm. Na, ich glaub, echt, den muss man mal... Na, wenn man jetzt Zeit hat, ne? Ja. Den, denke ich mal. Gebt das rein. Gut, den können wir auch wieder umhören. Mehr gibt's ja dann hier erstmal nicht, nicht wahr? Nein. Ich würde sagen, wir gehen nochmal gleich mal Valerane, gucken wir mal, was da ist. Mhm. Ne? Okay. Diese Biggeschäftigkeit ist. Ja. Alles klar.